Hallo Freunde und Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Ja, nach langer, langer Zeit und nach langer, langer Umbau geht es wieder los. Und ich leg mir einfach mal eben kurz pennen, weil wir es gerade Nacht haben und ich zeige euch dann mal, was in der Zeit alles passiert ist. Da, ich habe ja auch Scream ein bisschen rumgewerkelt. Einmal kurz hier raus, hier ist ein kleines Holzprotest. Da würde ich aber jetzt noch in diesem Platten ein bisschen rumwerkeln. Und ja, wir haben jetzt hier gerade eine Ebene. Sieht auch eigentlich ganz cool aus, so sieht es auch besser aus. Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis ich hier fällt war. Ich glaube, gute zwei Stunden waren es und ja, vielleicht habe ich das sogar auch schon erwähnt, wie gesagt, das ist schon lange her. Aber ja, hier wollte ich immer noch mal einen Leuchtturm bauen, kann ich ja schon verraten. Ah, da unten steht uns klebt mit einer Goldrüstung. Und ja, ist auch eigentlich ganz schön jetzt hier, schön mit dem Weg, hier mag ich sehr gerne. Und vielleicht hier muss ich vielleicht noch was machen, weil so ein bisschen überstehen sieht das natürlich scheiße aus. Aber wir fangen jetzt einfach mal hier an, noch ein bisschen rumzuwerkeln. Hier kommt noch, hier baue ich verschiedene noch. Ähm, Dings, Holz und alles. Aber wie gesagt Leute, wir werden jetzt hier uns ein bisschen mit dem Bau beschäftigen. Eventuell, ich muss nochmal im Schatz schauen. Hier, na Pferd, alles klar. Ja, das Pferd ist auch alles klar. Ich habe da mal Kloß noch eingesetzt, weil sonst wäre es einfach zu dunkel. Warte mal, hat der Esel sich befreit? Ne, hat er sich. Okay. Braver Esel, braves Pferd, ihr bleibt schon hier drinnen. Ne? So ist es fein. Hier die Brücke, die hätte ich auch noch gerne fertiggestellt. Wie ich die mache, ich glaube, das können wir aber noch zu einem späteren Zeitpunkt. Können wir gerne besprechen. So, aber jetzt gehe ich erstmal... Erstmal gucken, was ich habe. Ich habe vielleicht noch Holzplatten. Das ist schon mal gut. Die kann ich schon mal dran anbringen, damit wir vielleicht hier eventuell einen vernünftigen Aufstieg haben. So. Freunde, also eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und vielleicht hören wir uns auch schon. Die Tastatur ist ja immer noch dieselbe. Aber ich habe mich ja ein bisschen aufgequippt. Und zwar ab... Ja, nächste Woche. Kommt drauf, wann wir nicht ankommen. Ich habe mir bei Amazon eine neue Tastatur bestellt. Richtig leise. So wie bei Laptop-Tasten. Und ich habe eine neue Maus. Also ich jetzt mal klicke. Ich mache jetzt mal nix. Ich klicke noch. Also ich höre zumindest gar nichts. Also ich von meiner alten Tastatur da habe ich echt... Und bei allen Maus haben wir jeden Klick gehört. Und hier. So schön leise. Hier ist es richtig schön. Ach, da bin ich happy drin. So. Ich mache mal hier. So sieht das eigentlich ganz okay aus, oder? Wie mache ich das denn hier? Ich mache da am besten mal... Habe ich noch Fichtenholz? Ja, habe ich hier. Vielleicht bräuchte ich noch etwas mehr. Vielleicht mal mal so. Dass nicht so ein Aufstieg ist. Ja, ist besser. Ist besser, glaube ich. Hier brauche ich noch Steinziegel. Damit ich das dann schon oben ran kann. Und vielleicht brauche ich noch was zu essen. Ja, wäre gut. Ich... Ah, hier ist nix. Hier haben wir eine Magma-Creme, Neterquart, alles Mögliche. Ich frage mich aber gerade, wo mein PC des Loaded ist. Wahrscheinlich hat sich... Na, irgendwie habt ihr bestimmt. Ähm... Wo habe ich denn noch mal mehr Essen hingepackt und alles? Ich hatte da noch Fichtenholz und noch vieles, vieles mehr. Aber jetzt finde ich gerade nix. Das gibt's doch nicht. Hm... Ich muss mal schauen. Eichenholz. Kann ich schon mal mitnehmen. Brauche ich auch. Fichtenholz. Spatzholz. Hier das Fichtenholz. Das brauche ich auch. So. Und ich hatte nämlich auch... Oder ich hatte nicht. Doch. Doch hier Stein. Da ein bisschen Stein. Weil ich habe nämlich in der Spitzhaken Mutamkeit gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Aber da ist jetzt Mutamkeit drauf. Und deswegen kann ich mir ein bisschen Stein leisten. Der ist schon mal sehr geil. So. Also gut. Hier geht's wieder raus. Und wir schauen uns erstmal... Brauche ich ein bisschen Fichtenholz, Freunde. So. 48 müssen glaube ich von Anfang reichen. Und ich mache das jetzt einfach mal hier. Dann hier. So. Weil ich persönlich finde, das sieht besser aus. Wenn ich das so mache. Anstelle von anders. Was? Weil... Ja. Ich mag das lieber. Jetzt ist noch so ein kleiner Übergang. Hm. Aber so ein Ding nervt natürlich etwas hier. Ich könnte ja noch rein theoretisch... Und das mache ich sogar auch. Hm. Vergrößere ich das noch um eins. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja. Passt immer noch. Passt immer noch. Ganz dicke. Und... Ich mache jetzt einfach mal hier so... Momentchen. Momentchen habe ich gesagt. Ja. Man hört nix von der Maus. Fast gar nix. So. Einfach mal hier rum. So. Habe ich auch zu viel den Schaufen mit? Ja supi. Die habe ich auch mit. Mein Gott, dass ich mal halbwegs vorbereitet bin. Boah. Hilfe, bin ich ein Loch eingefallen. Das gibt es doch nicht. So. Nochmal alles mitnehmen hier. So. Dann schön mit den Steinziegeln. Das sieht auch okay aus. Ja. Ich mache das doch anders. Vielleicht auch eventuell mal einfach so. Sie mache es nicht so. Ja ich mache das so. Ich mache das so. Ich mache es so Leute. So geht es auch. Einfach hier. Dann da. Dann da. Dann da. Mal alles nochmal wegkloppen hier. Aber nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich freue mich richtig, dass ich die 100 Abonnenten geknackt habe. Echt Leute, ihr seid die Besten. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Ich hoffe aber auch, dass mein kleines Infovideo hat euch auch sehr gefallen. Also mein, ähm, nicht Infovideo, sondern mein kleines Dankeschön-Video. Ja, Dankeschön. Äh, was wollte ich denn jetzt? Achso, stimmt ja, ich werde hier bauen. Ups, oh, hab ich mich ein bisschen verzehen. Aber hier haben wir schon wieder folgendes Problem. Und zwar sieht man das nämlich hier. So, hier ist er bisher in der ganzen Mauer. Aber was mache ich denn damit? Oh, ich dachte, ich bin runtergefallen. Hilfe, hab ich einen Schränk gekriegt. Kann ja auch mal passieren. So, erstmal hier so. Dann ist hier eine kleine Markierung, sozusagen. Entweder, ich mach das... Ach, ich wollte das hier noch versetzen. Richtig. Ah. Ja, gut, dann muss ich das anders machen. Und ich hab hier halt einfach Schluss. Dann kommt hier noch ein Tor hin. Und da kommt einfach mit Cobblestone hin. Ich glaube, ich muss das Holz gleich mal lieber aufsammeln. Dann ist da zwar ein blöder Übergang, aber... Ja, dann ist es so, Leute. Kann mal passieren. Ich schau mal jetzt eben, ob ich ein paar Zäune habe. Habe ich gerade ein Skelett gehört? Stein, 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 Pflasterstein, Bermosa-Stein. Hier, Pflasterstein. Den brauche ich. Hatte ich nicht... Doch, ich hatte noch noch Zäune. Das kann mir doch keiner erzählen, dass ich keinen Zäune mehr hatte. Und ich glaube, wir müssen auch bei mir ein bisschen Cobblestone und so farmen gehen. Achso, Stein-Ziegel. Da komm, nehme ich noch bei mir mit. Ach, immer diese Raser. Das gibt's doch nicht. Ich hab echt keine Stär... Ich hab echt keine Dings mehr. Oh, Leute. Ja, wir müssen echt... Ich glaube, wenn ich eine bessere Spitzhack habe, baue ich mir irgendwo eine kleine Miene. Und dann farbe ich ein bisschen Cobblestone und so. Aber ich glaube, das können wir echt gut brauchen hier. Aber vielleicht bei meiner Ordnung kann auch sein, dass die da drin sind. Na? Ob sie... Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Natürlich nicht, weil klar, ja. So. Ich nehme an diesem Klasse Stein hier. Warum höre ich mal ein Skeletter? Das ist mir verwuschig. Ich weiß echt nicht. Ich höre ein Skeletter, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ah, die Lohnroute. Mit der Brauerei wollte ich mich auch noch beschäftigen, richtig? Jetzt habe ich es aber wirklich gehört. Ihr auch, oder? Ich bin nicht verrückt. Na gut, ein bisschen. Aber so verrückt bin ich jetzt auch nicht. So, einmal Türchen auf. Türchen zu. Und die Plastiksteine haben wir eben nur. Das sind nämlich hier. So. Wo ist das denn jetzt? Kommt. Ja, fein. Komm her, Steini. So. Dann ist hier halt ein Blöderübergang, aber eh so. Das heißt, die Verbindungsstelle zwischen der Brücke und halt, ähm, den Dings. Ja, das nervt mich auch gerade ein bisschen, aber ist so. Ist jetzt so. Habe ich mich gleich ein bisschen vertan. Und eine Focke habe ich noch. Sehr schön. Ähm, die platziere ich gleich mal hier in der Ecke. So. Dann haben wir das hier alles abbauen. So, dann brauche ich noch ein bisschen mehr hiervon. So, und zwar, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So. Und hier so circa in der Höhe soll dann der Übergang sein. Eins, zwei, drei. Von hier aus gesehen. Eins, zwei, drei. Okay, dann hier hoch, dann da hoch. Mhm. Hier hoch, dann da hoch. Passt das? Ja, passt. Das hier hat einfach das Tor. Ich glaube, das ist in Ordnung so, oder? Na, oder ich mache es gleich noch ein Tickchen höher. Mal schauen. Aber ich glaube, wie hoch habe ich eigentlich die Helligkeit? 50? Habe ich die nicht mal höher? Ich bin ein Shader. Mach die mal auf 100. Ah, ich lasse ihn mal so. So. Dann gehen wir mal wieder schön ins Bett. Okay, jetzt wird es dunkel. Ich habe doch die Helligkeit runtergedreht, ne? Ja, habe ich doch. Da mache ich doch hier 50. So. Entschuldigung. Aber sieh mal, wie lange ich hier jetzt nicht mehr schon was dann mit dem To-Guess-A-Welt gemacht habe. Äh, To-Guess-A-Welt. Äh. Minecraft Survival gewählt. Oh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass meine Maus jetzt wieder eine Schnur hat. Ey. Das ist ja voll umständig hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. So. Bin ich gerade auf einen Hund draufgefallen? Oh, der arme Hund, ey. Armer Hundi, tut mir leid. Ich wollte dich nicht platt machen. Na, muss man euch mal vorstellen. Hier, der arme Hund sitzt einfach ganz gemüglich. Ah, nix. Und dann kommt da so ein Fettzeug runtergeflogen hier. Auf den Kopf. Ach. So. Nein, das fiel mir ein. Das fiel mir ein. So ein lächerlicher. Ja, Zaun. Mache ich gerade welche? Ich glaube, ich mache die doch etwas anders. Und wenn ich jetzt mal so von außen gucke. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Oder vielleicht... Ich mache da, glaube ich, doch einen Holzhorn hin. Ja, ich mache hier noch Holzhorn hin. So, einfach mal alles wegholen. Ja, Freunde, das wird hier noch ein Spaß. Aber das ist halt so. Ich glaube, Holzhorn sieht doch besser aus. Würde ich doch mal sagen. Ich hoffe, man kann sich das verbinden, irgendwie. Sonst muss ich hier irgendwie mal was einverlassen. So, ich glaube, ich hatte sogar noch ein bisschen Holzhorn gehabt. Und ich höre schon mir ein Skelett. Und das wird auch genau bei mir angezeigt. Aber... Ich glaube, ich glaube, das reicht nicht. Hm, 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 hm. Da brauchen wir ein bisschen mehr von. Ja, Hundi. Aber wo ist die Skelett, ey? Das ist nervvoll. Was ist das eigentlich bei mir, ey? So ein bisschen hier vorn. Bisschen davon. Bisschen davon, so. 23, damit müsste sich was machen lassen. Türchen auf. Türchen zu. Hm, hm. Na, da habe ich das Problem schon gefunden. Das ist nämlich das Problem. Was mache ich denn da? So sieht es auch scheiße aus. Das habe ich ja komplett vergessen. Hm, eigentlich müsste da irgendwie so ein Block dazwischen. So ein Stützblock, aber... Moment mal. Das ist hier genau, ne? Könnte man eventuell... Ach, nee, ich dachte, da könnte man vielleicht einen Pfeiler herammachen. Bei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Obwohl. Jetzt müsste man hier... Mist, passt auch nicht ganz. 1, 2, 3, 4. Die müsste hier nach hin. Habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Müsste da nach hin. Ja, passt auch nicht. Shit. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht füllen wir gleich noch was ein. Aber jetzt erst mal... Kommt hier die Erde weg? Ich höre schon wieder. Das gibt es doch nicht. Ich bin nicht verrückt. Ich höre auch da ein Skelett irgendwo. So. Zack. So, dann kommt hier mal einfach mal ein bisschen Eichenholz hin. Obwohl, ich mach das mal einfach mal alles hier. Ach, stimmt. Mein Keller, vielleicht ist da das angenästet irgendwo. Nein! Ach, sieh meine an. Der Herr mit der Goldrüstung ist es. Autsch. Sei liebst du mir. Ich hab nichts mehr zu essen. Okay. Das Skelett nervt. Na, Rückzug. Puh. Das doofe Dreckskelett. Ja, schieß den Kuiper ab. Den kannst du meinetwegen abschießen. So lange nicht bei mir explodiert. Das ist alles gut. Ich hab gesagt, nicht bei mir. Ach, zum Glück ist das Wasser explodiert. Ich schau mal vor. Oh, ich muss glaube ich schon gleich... Aua! Jetzt hör mal auf zu schießen. Ja, halt dich meine ich. Pass mal auf hier. Pass. Pass du mal auf. Au. Okay. Ich bin... Au. Ich bin jetzt eingeschnappt langsam. Au. Okay. Ich mach mich jetzt hier mit bleichigen... Ich bin bleich. Tschüss. Ne, ich hau ab. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Nein. Nein. Hau ab. Los. Ich geh. Tschüss. Ha. Denkste. Tschüss. So. Dann hättest du eigentlich mal diese doofe Dreckskelett weg. Ach. Das hat mich schon die ganze Zeit genervt. Ey. Freunde. Freunde. Hier machen wir was mit. Und ich glaube ich wollte das hier nicht noch wegklommen. Wisst du was? Ich baue das mal eben noch schneller als weg. Und dann merke ich die Folge. So. Ich glaube das kann ja auch weg. Oder? Ja bestimmt. Und. Mhm. So. Einfach mal hier ein bisschen wegmachen. Obwohl. Doch. Ja. Hoffentlich ist es verbaut. Mal mal. So. Ich gehe hier entlang. Bleibt alles so wie gehabt. So. Muss das hier aber noch eben schneller als weg. So. Das kommt alles mal weg. Boah. Aha. Ja. Hm. Ja gut. Dann mache ich hier einfach mal hier was. So. Und da habe ich mich das Problem. Okay. Hm. Wie mache ich das denn? Ich mache jetzt einfach mal hier. Ach ne. Das ist Flasserstein. Mist. Das sind ja keine Steinziegel. Steinziegel habe ich hier. Richtig. So. Da habe ich sie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Habe ich noch irgendwo welche? Pflasterstein. Pflaster. Ach. Jetzt wird kein Steinziegel mehr. Leute. Leute. Das gibt es doch nicht. Ach. Ich glaube ich bei Ende. Ja. Ich muss ja noch nachher einmal hier rund um das Haus herum. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich hier im Haus einmal hier rumbauen. Dann werde ich noch das Feld hier noch verschieben. Was ich schon länger an Zeit lang machen wollte. Wie man da sieht. Und was noch? So. Kann ich ja schon hin. Und als nächstes kommt dann glaube ich auch schon langsam der Weg zur neuen Hütte. Vielleicht mache ich hier noch ein Teppich hin. Das würde glaube ich auch noch geil aussehen. Das ist ja einfach so kleine Nebentür. Das hier wird der Haupteingang. Das ist ja einfach so Nebentür. Und ähm ja. Na gut Freunde. Okay. Ich beende einfach mal hier die Folge. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Und ich bin immer noch glücklich wegen der Maus. Ja. Die ist so schön. Ruhig. Und vielleicht werden wir auch noch im nächsten Part hier die Brücke machen. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall viel vorgenommen. Das Dach müssen wir auch noch fertig kriegen. Also Leute. Wir haben hier noch echt gut zu tun. Und ja. Ich freue mich schon drauf mit euch hier weiter zu machen. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge bei Let's Play Minecraft. Bis dann. Ciao.